Neymar hat halt die Champions League einmal gewonnen, glaube ich, beim Barcelona, wenn ich falsch stehe. Aber für mich blieb eigentlich Neymar so ein YouTube-FIFA-Worldspieler. Man hat immer gesehen, was er kann. Wenn er auf dem besten Level war, war er einer von den Besten. Aber das geht um, wie oft du das machst. Wir diskutieren jetzt, kann Erling Haaland so viele Tore schießen wie Messi und Cristiano Ronaldo? Da muss er 40 bis 50 Tore schießen, jede Saison, noch 15 Jahre. Und dann kommt Neymar, der könnte nicht einmal Leistungen bringen beim PSG. Der hat 87 Spiele weniger gemacht als Mbappé in dem Zeitpunkt, wo er beim PSG gemacht hat. Der soll mal schön. Schöne Grüße in die Wüste. Der Gärtner Saudi-Arabi, fertig aus. Er war nie ein Weltklasse, ein Ballon d'Or-Spieler. Fertig aus.